Man, damit rechnet man noch gar nicht. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde Rocket League hier heute am Stüssel. Den klärt er. Aber den klärt er zur Seite, deswegen war es ein bisschen blöd von ihm. Aber danach macht er ihn gut. Oh, fuck, ey. Kam der geil geflogen. Das muss ich mir nochmal angucken. Okay, okay, das ist ein richtiger Freak, ey. Da wird's schwer zu gewinnen. Wenn wir's schaffen sollten, dann nur mit viel... Denk ich auf jeden Fall. So, erstmal zur Seite weggeklärt, den Ball. Den klärt er aber jetzt direkt wieder. Nee, den klärt er noch nicht direkt. Oh, gut, dass ich da noch zwischenkam. Oh, wie ich den mach, Freunde. Hahaha. Hahaha. Alter. Wie ich da ganz glücklich auf einmal stehe. Zack. Das war so nicht geplant, ne. Alter Schwede. Da steht's 1-1. Nice. So schnell kann's gehen hier. Erstmal zurück zum Dings. Oh, den macht er gut. Fuck, ey. Den nimmt er mit der Seite. Den hätte ich vorherklären müssen. Irgendwie da schon. Fuck, ey. Und da bin ich halt rückwärts gefahren und in die falsche Richtung. Das war beides Fail. Oh Mann, oh Mann. Da verschenke ich's halt wieder so ein bisschen, ne. So, der war gut. Erstmal auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Na, er denkt sich jetzt. Jetzt schüttle ich erstmal im Tor. Ah, Fell. Zack. Ist er drin. Da ist es schon wieder 2-2. Mann, damit rechnet man noch gar nicht, dass sowas hier, dass ich das Ding hole quasi. Und dann fliegt er halt vorbei und ich fliege perfekt und dann BÄM 2-2. Da will er auch wieder klären und schafft es nicht. Aber dann schafft es doch im Endeffekt dank meiner Hilfe. Erstmal kurz zum Tor. Gucken, was er macht. Zack. Einmal den Ball klären. Ah, er fliegt nur einmal vorbei, leider. Oh Mann, äh. Oh Mann, äh. Trotzdem keine Chance, den Ball irgendwie für sich zu beanspruchen. Nein! Oh. Noch mal Glück gehabt. Da hab ich auch ne Parade bekommen. Oh Mann, geht der. Ja, den klärt er erstmal. Oh, und wie er ihn klärt. Ja, den macht er rein. Mann, ey, ärgerlich. Hui. Zack. Komm, klick weg, die Kacke. Was mach ich jetzt? Warte ich kurz ab. Und zack, ist der Ball drin. Perfekt gewartet und zack, 3-3. Oh Mann, das war ein spannendes Match hier, Freunde. Da hab ich nur kurz gewartet, geguckt, was macht er. Er macht halt den Fehler und spielt flach und spielt mich an. Dementsprechend konnte ich ihn dann locker einschieben. Und auch den Ball können wir erstmal gut spielen. So, jetzt gucken wir, was er macht. Und jetzt müssen wir klären. Oh, da mussten wir wieder klären. Da müssen wir wieder klären. Nein. Nein, 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 nein. Fuck, ey. Ich lieg wieder hinten. Ja, drück's doch einfach weg, ey. Was soll die Kacke? Als wäre so ein großer YouTuber, der immer alles angucken müsste, weißt du? Oh Mann, ich hasse so Kack-Nubs. Ich darf das ja wohl angucken hier als YouTuber. Aber der hat da kein Recht drauf. Ah, den krieg ich nicht. Aber den sollte ich irgendwie kriegen. Oh, aber wie ist die Frage? Ah, den macht er auch wieder. Oh Mann, da lieg ich 5-3 hinten. Oh Mann, man muss ja ehrlich sagen, er ist besser, aber ist es so verdient? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Ah, der fährt an mir vorbei. Oh, komm schon. So, den kläre ich nochmal. Ah, da komme ich nicht weit. Schade, ich wollte wenigstens noch ins Tor fahren. Aber ich bin natürlich wie immer ein zweites Match. Auch der Gegner war einfach zu gut, muss man einfach fairerweise auch mal sagen. Wir haben hier 6, 8, 1 Punkte. Das kann sich schon sehen lassen. Wenn man das jetzt gewinnt, haben wir vielleicht sogar schon fast 700 oder so. Müssen wir mal gucken. Brauchen auch nicht mehr so viel, bis wir endlich Veteran sind. 4 Level, ne? Dann sind wir Veteran. Dann können wir uns offiziell Veteran schimpfen. Und dann schauen wir mal. Jetzt erstmal gucken, wann wir Gegner finden. Dauert immer ein bisschen. Bin jetzt halt wieder ein bisschen am Vorproduzieren. Hab noch ein paar Tage Urlaub. Heute ist Donnerstag, wo ich das hier aufnehme. Morgen bin ich auf dem Mitarbeiterfest von der Arbeit. Deswegen kann ich da nicht so viel aufnehmen. Und dann ist der Urlaub auch schon wieder vorbei. Dann habe ich halt noch das Wochenende. Was ihr jetzt schon habt wahrscheinlich. Ich glaube, die Folge kommt Samstag oder Sonntag. Weiß ich gerade nicht genau. Und ja, dann nach dem Wochenende muss ich schon wieder arbeiten, ne? Jetzt spielen wir gegen KC. Zack, und da ist das 1-0. Geht ja schon gut los, ihr Freunde. Perfekt eigentlich. God, I hate Kick-Off-Goals. Ja. Pech, ne? Dann musst du halt mal was dagegen machen, Kollege. So lame. Komm, geh rein. Oh ja, was. Einfach 2-0. Nach 10 Sekunden. Ah, den kriege ich nicht rum. Schade. Jetzt kommt er. Okay. Als ob der reingehen würde, weißt du. Schiebt er mich so weg, als wäre das ein Tor. Würde sein. Okay. Okay. Ah, da rettet er ihn noch gerade so. Und dann macht er ihn. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt flammt er noch rum hier, oder was? Was ein Vogel. Echt. Komm, geh rein. Hüpf rein. Ah, gerade so rettet er ihn. Wieder. Das gibbelt nicht, Freunde. Nein, was mach ich? Er macht ihn. Was mach ich da? Das war meine eigene Schuld. Jetzt muss er es natürlich angucken. Nices Tor. Nicht einfach Lack, weil ich da den Ball nicht treffe. Oh, der hüpft gut. Der hüpft gut. Und da ist das Ding. Und da spamme ich ein bisschen guter Schuss. Noob, wenn er den Ball nicht trifft, soll er nicht hier rumflennen. Ich hasse solche Leute, die dann immer nur am Heulen sind. Immer nur am Heulen. Gerettet, 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 rettet, gerettet, rettet, gerettet, rettet, 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 rettet. Oh man, ich Idiot, ey Ich schenke ihm das Tor quasi Was mache ich da? Ja, natürlich muss er es halt angucken, ne? Zack, schönes Tor, aber muss ich sagen Das spammt er noch ein bisschen Richtiger Spasti Ah, den kriege ich nicht richtig Schade Und geht der Oh, der kommt direkt wieder zurück Und, und geht er rein Nein, er rätet ihn Nein, was mache ich? Jawohl, zur Seite weggeklärt Und, da ist die Bude, da ist die Bude Da ist die Bude, da ist die Bude Da verkackt er es richtig Und fährt hier noch irgendwelche Schlangenlinien und was weiß ich Und ich mache das 4-3, Freunde So kann es gehen, so kann es gehen Zack Oh, nervt mich doch nicht Komm, spiel den Ball Nein, was mache ich? Nein Nein, was ein Spasti, macht er das 4-4? Ich werde so feiern am Ende, wenn ich gewinne Wenn, wenn nicht, dann werde ich so traurig sein Und nie wieder Rocket League spielen und keine Ahnung Oh, Mann, ey Komm Jetzt Gas Ich war wieder zuerst am Ball Aber diesmal Hat er die besseren Karten hier Ah, ich erwische ihn nicht Sonst hätte ich ihm direkt einen mitgegeben Nein Nein Er macht das Tor Richtiger Huren So, nein Das gibt es nicht Oh, Mann, ey Natürlich muss er es angucken Ich werde so spammen, sollte ich noch irgendwie den Ausgleich machen Das hat er noch nicht gesehen Sowas hat er echt noch nicht gesehen So, wieder erster Ballkontakt Habe ich irgendwie immer gegen ihn, weil er so ein Kacknoob ist Ah, den klärt er Wo landet er bei? Da Ah, den rettet er auch Und jetzt macht er ihn vermutlich auch noch Ja, er macht ihn So lächerlich Einfach so lächerlich Jetzt mal gucken, was er macht Vielleicht kriege ich noch ein Tor Zumindest habe ich gute Chancen Nein, was mache ich? Ja, egal Der fliegt trotzdem rein Der fliegt trotzdem rein Oh, riskiere ich es jetzt oder riskiere ich es nicht? Ich habe 36 Sekunden Oh, Mann, ey Ich weiß es nicht Ich muss den Ball jetzt irgendwie nach vorne bringen Ah, nein Ganz knapp Nein Was mache ich? Das hätte das Tor sein müssen Sorry, Leute Das gibt es echt nicht Was sich da für ein Bullshit macht, ne? Ja, Mann, ey Das hätte das Tor sein müssen Das gibt es nicht Da verliere ich das Match auch noch Gegen so einen Kacklappen, ey Das gibt es nicht Ähm, ja Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn ihr nichts verpassen wollt Ein Abo Und über eure Kommentare Freue ich mich auch immer Ich verabschiede mich für heute Wünsche euch noch einen schönen Tag Sage bis dahin Haut herein Ciao Ciao